Also ich glaube, man kann diese Ideen, sowohl die einen als auch sozusagen unsere, kann man doch fast ein bisschen aus First Principles ableiten. Eben genau mit dem, was du jetzt gesagt hast. Also wie soll das funktionieren, zu sagen, drei Wahrheiten zu verbreiten innerhalb von einem Tag? Und wie soll das jemals? Ich meine, mir ist schon klar, es gibt sicher genug Beispiele und Anekdoten, wo das super funktioniert hat. Da bin ich überzeugt davon, einfach mit total übercharismatischen Persönlichkeiten, die wir alle kennen, sei es jetzt Musk oder wer auch immer, Steve Jobs, gibt sicher genug Beispiele, aber für den normalen Hausgebrauch unter Anführungszeichen, weiß ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. Und ja, ich würde es eben nochmal auf First Principles zurückleiten, dass das am Ende des Tages kann das nicht funktionieren, A zu sagen, B zu tun und dann C seinen Feinden oder Freunden oder umgekehrt mit auf den Weg zu geben.